ich muss noch mal überlegen wird war ist klärt so noch mal das manual öffnen okay warte after creating the dimension you will need a dialing device to deal metatransmitter dialing device dat fehlte noch dialing device okay dat wird auch noch kurz gebastelt nein uns fehlt eine redstone torch nein und viel stücke die dinger kommen auch so lang reinklatschen ja kommt die kann man auch ein so die auch ja auch so zack 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 dialing device zack okay sehr gut lassen wir kurz überlegen wie machen wir das du kommst nochmal weg du auch was daneben dran dialing device kommt dahin die vor genau du kommst oben drauf ach scheiße ähm die jeter range brauchen wir und laboratory blocks wohl so und du kommst dahin perfekt so ah ja perfekt geht das jetzt infused 0 von 100 ähm dial no assessed to transmitter hier ist auch der transmitter oder wo muss er stehen teil teil once keine ahnung da ist oder transmitter oder muss er neben dran stehen so kommst du dahin du kommst dahin du kommst dahin dahin nee geht auch nicht scheiße fuck it mein transmitter so he he so private äh was kommt dahin ah machen wir so ähm id for add mein transmitter genau teil ne da ne ja der ist da aber es fehlt ihm delete public der ist oder muss er dazwischen probieren wir jetzt mal aus äh ne nicht du du transmitter blockt so ähm so zack so perfekt ähm so teil teil ok nice start teleportation nice jetzt läuft's jetzt geht's ha so jetzt können wir nach dem les suchen downloaden downloaden terrain the world moved the world moved how to say it nice ah ja genau hier ist jetzt er genau da können wir jetzt hier jetzt klicken oder charge porter target nice perfekt lu so perfekt gut das ding ist ok und das hier ist grad jump and run wusch steht da jetzt im chat ok folgendes ähm ich esse schon mal was folgendes wir suchen jetzt nach dem les oder sterben fast holy shit alter alter das ist grad nicht die geilste methode wenn ich ehrlich bin alter ich bin hier fast am verrecken hier könnte man natürlich auch den digital meiner aufstellen ich komme boah alter laggig der server grad aber wir probieren's mal so ich bin so blöd alter wisst ihr warum ich hätte eigentlich auch einfach den teleporter nach oben verwenden können weißt du was den tauschen wir mal da durch so jetzt suchen wir einfach mal nach ganz vielen verschiedenen dem les und dann können wir uns nämlich noch eine bessere die menschen bauen nein ich will kein zappling wo ist mein essen dann können wir uns op dem les holen alter was denn das für extreme hills das sind doch keine hills das sind löcher guckt euch mal an wie scheiße tief das da runter geht was ist das denn firefly kaputt wie gesagt hier könnte man theoretisch auch mal ein ähm ding hinsetzen ne da nicht hier jetpacks die zu bauen wäre glaube ich auch nicht schlecht alter komm scheiß drauf wir haben so viele von denen so wir suchen nämlich jetzt einfach ganz normal so zack zack der jump and run king könnten die sein die sachen die häuser auch mal hier salz brauchen wir nicht welche höher sind man eigentlich geht da in 78 hier sind auf der suche nach komischen häusern aber wisst ihr was ich mache hier kurz ein cut und dann sehen wir uns am besten wenn ich so ein ding gefunden habe also so da bin ich wieder und wir haben endlich mal so ein haus gefunden ich habe mir jetzt währenddessen ein jetpack gemacht das ist alles viel leichter so die ganzen dem les die klatschen mit da kommt die können wir umwandeln so was haben wir hier wir haben ein durch die gegend fliegendes ding noch eins und noch eins so folgendes wir haben okay das da bei ihm als plan das ist okay was haben wir noch sonst haben wir nichts interessantes das geist das 2 so mit dem jetpack ist es viel leichter ich habe mir jetzt einfach mal so ein kleines jetpack gemacht das große hat ein etwas größeres hat es noch nicht gereicht für das harter net so sichtweite habe ich jetzt auch mal ein bisschen weiter nach oben klatscht wie gesagt jetzt können wir hier gibt es noch mehr von diesen häusern gibt ein haufen von diesen häusern und dann und da kann man dann die ganzen dem les finden und dann kann wir auch in naher zukunft auch unsere wunschdimension zusammen klatschen was auch ziemlich praktisch und dann kann es auch sein dass ab und zu mal ein paar größere häuser gibt hier gibt es anscheinend auch ganz viele ärzte man könnte muss aber nicht ich muss auch immer auf mein jetpack achten das ist nicht das größte jetpack ja hoffentlich finden wir noch was gescheites sorry bin ein bisschen der peltet so Einfach nur so wenig wie möglich. Hier so ein Wireless Charger wäre auch nicht schlecht, oder? Oh. Voll in die Arme von so einem Ding rein. Oder was sagt ihr? So ein Wireless Charger wäre doch auch geil. Ich habe wahrscheinlich wieder zig von diesen Dingern übersehen. Dann könnten wir nämlich einfach nur bei uns zu Hause rumhocken und das wäre geil. Das wäre geil. Oh Gott. Eui. Dios míos. Dios míos. Wo bleiben die anderen Häuser? Ich kriege die Krise. Aber bei so einer Dimension ist es echt praktisch. ein Jetpack zu haben. Sag mal. Warum? ich krieg die krise hier stacke hier sich jahre herum was passiert finde nicht ich sag mich wahrscheinlich bin ich schon an drei millionen häusern vorbeigelaufen und noch sieben prozent gar nicht gut sechs prozent fünf kaum noch ein haus noch ein verficktes aus drei prozent zwei scheiße ein prozent und empty nun gut scheiße die muss ich auch wieder aufladen ok der ist jetzt out of order aber denke wir doch verwenden hier diesen advanced alles mal gucken wie heißen was ist das nur für eine charge porter hier der advanced charge porter ach du scheiße infuse diamond die menschen schad ja okay wir müssen ein paar die menschen schad finden so währenddessen können wir ein paar dem les nein aus jetzt so und die dimension können wir abreißen extract mushroom forest kommen hier rein mit der wetland nope nope torium aha da haben wir schon mal das erste erz solche sachen finden beryl oder was ist das denn beryl oder haben was kann man damit machen damit kann man ein block machen naja kris sollt oil salzwasser controller cold team lee war jung fan team lee sky dark beroen brauchen wir auch nicht cherry naja da haben wir mal ein paar sachen zum 1 warte mal wir können mal gucken die kann man mal behalten times low team lee hört sich nicht schlecht an braucht man aber nicht hier beruhen brauchen wir nicht beryl brauchen wir nicht und salzwasser da sehe ich mit salzwasser was ist bier oder young hoppt das ist bier das pale ale wenn ich bier trinken will dann gehe ich runter in den geller an wohl mit der flasche bier lecker so einfach mal so lecker 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 alt tropics die lecken rum die braucht man nicht toren braucht man eigentlich auch nicht ich sie tue kuhlend die lehre tief vor brauchen wir nicht alles was wir nicht brauchen das form plant brauchen wir alles nicht geht ich hier hängen das könnte man vielleicht gebrauchen jungle hills was will ich damit so währenddessen können wir uns die nächste zusammen kraft und store sagt die menschen geht fix processing so perfekt den hier brauchen wir die fünf teil teil ok und rein da halt noch nicht noch nicht noch nicht noch nicht wir wollen jetzt erstmal unsere sachen aufladen wo sorry wo dort jetpack ist voll und das teil ist voll perfekt erst mal hier zack tage und teleportation scheiße hoffentlich fliegt das jetzt nicht durch die dimension das sieht aber geil aus da ist in der kollapsing wird das ist scheiße warum habe ich mein skin nicht so früh probieren wir es noch mal aus scheiße das ist kacke warte mal mach mal kurz hier slash game mode creative so das ist die das ist die das ist Vielen Dank.